Hallo zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio. Heute mit den Hyperparametern. Ganz kurze Recap, wir haben hier in Kooperation mit der Fresenius Hochschule ein richtig cooles Projekt angefangen. Das war das Kaktus Projekt. Ihr wisst mittlerweile worum es geht. Und ja, wir haben mittlerweile eigentlich ganz gute Trainingsergebnisse. Ich gehe hier nochmal kurz auf die Results, die wir hier brauchen. Und zwar haben wir hier tatsächlich über 90%, um genau zu sein, 97% auf den Validierungsdaten. 97,15402% Genauigkeit auf den Validierungsdaten. Daraufhin hatte ich eine kleine Challenge gestartet, wer das überbieten kann. Und die gebe ich natürlich in einem YouTube Textpost bekannt. Das kennt ihr mittlerweile. Beziehungsweise, was heißt das kennt ihr? Aber das habe ich angekündigt. Und ja, da könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Die sollte jetzt auch online sein. Okay, nun, wir wollen uns heute um die Hyperparameter kümmern. Die jetzt nicht zwangsläufig direkten Einfluss auf das Training haben, aber dann doch einige Sachen schon verändern können. Je nachdem, wie ihr das hier einstellt. Das sind im Endeffekt Daten oder Parameter, die bestimmen, wie eigentlich trainiert wird. Und das ist gar nicht mal so ohne. Wir schauen uns ganz von oben nach unten an. Hier diese Advanced-Parameter, die würde ich immer einschalten. Sonst wird es schwierig. Da habt ihr sonst lang nicht alle zur Verfügung. Und ja, wir wollen jetzt hier erstmal von oben nach unten uns durchhangeln. Okay, die Anzahl an Epochen. Nun, die Anzahl an Epochen bestimmt quasi, wie oft jedes einzelne eurer Trainingsbeispiele durchgenommen wird im Training. Das heißt, wir haben hier, wenn wir auf Daten gehen, steht hier 14.000 Trainingsdaten. Diese 14.000 Trainingsdaten werden pro Epoche einmal zum Trainieren verwendet. Das heißt, ihr trainiert da drauf, ihr bekommt Ergebnisse. Und ja, dann habt ihr quasi eine Epoche fertig. Allerdings ist es natürlich sinnvoll, sich manche Bilder zweimal anzuschauen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal ganz kurz wohin guckt und dann wisst ihr, was da stand. Aber irgendwie könnt ihr nicht zuordnen, in welchem Kontext das da stand oder sowas. Das kommt auch bei Menschen manchmal vor. Genauso ist es bei neuronalen Netzen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich Bilder mehrmals anzugucken oder was auch immer ihr für Trainingsdaten habt. Also sagen wir in diesen Epochen, hey, wir gucken uns das Ganze einfach mehrfach an. Gucken wir nochmal, wie das hier aussah. Aber hier sehen wir nämlich, okay, nach der ersten Epoche haben wir gerade mal 90% Genauigkeit. Dann sind wir nochmal rapide hochgegangen auf 93%, 95% und so weiter und so fort. Hier sind wir runtergegangen und dann sind wir aber nochmal nach oben geschnellt. Und tatsächlich sind wir erst nach der 10. Epoche bei 97,15%. Das heißt, hier wäre es sogar sinnvoll gewesen, vielleicht das Training noch ein kleines bisschen länger laufen zu lassen als 10 Epochen. Man könnte hier zum Beispiel sagen, hey, ich stelle meine Hyperparameter hier, meine Epochenanzahl einfach auf 100 und gucke dann, an welcher Stelle ich das beste Ergebnis auf meinen Validierungsdaten habe. Nicht auf den Trainingsdaten. Ihr wollt nicht, dass euer neuronales Netz die Trainingsdaten auswendig lernt. Und ja, das kommt vor, das nennt sich Overfitting. Ihr wollt, dass es auf den Validierungsdaten wirklich gut ist. Okay, das sind also die Anzahl an Epochen. Hier kann man wirklich sagen, einfach sehr, sehr hoch stellen und dann gucken, wo ist es am besten und dann einfach auf genau diese Anzahl runterstellen für das finale Training. Nun die Batch Size. Die Batch Size ist die Größe, die angibt, wie viele Daten auf einmal zum Trainieren verwendet werden. Das heißt, stellt euch das Ganze so vor. Meine Grafikkarte kann sehr, sehr viele Operationen gleichzeitig ausführen. Und das ist natürlich jetzt dann unsinnig, wenn ich hier sage, okay, Grafikkarte, hier hast du ein Bild, trainier auf dem. Hier hast du noch ein Bild, trainier auf dem. Sondern ich sage, hier hast du 128 Bilder, trainier auf allen. Und die Grafikkarte sagt im Moment noch, okay, kein Problem. Aber wenn ich das hier zu hoch einstelle, dann sagt die Grafikkarte, puh, ich kann nicht mehr. Und dann wird das Training sehr, sehr langsam. Dazu komme ich gleich. Wie kann man hier jetzt rausfinden, was die optimale Größe ist? Nun, wir gehen hier mal auf Training. Wir sehen hier, okay, wir sehen leider gar nichts, deswegen muss ich hier mal ganz kurz auf Start Training gehen. Das hatte ich eigentlich schon so gemacht, dass man hier den GPU-Load sieht. Egal, ich sage es euch einfach ganz kurz. Bei mir war der GPU-Load hier auf maximal, also während dem Training, auf maximal 71%. Ich habe keinen höheren Wert gesehen. Ich kann jetzt hier davon ausgehen, wenn ich jetzt hier nicht höher als 71% komme beim Training, dass das dann auch wirklich die maximale Kapazität von diesen 128 Bildern ausreizt. Das heißt, bei 128 Bildern komme ich auf 71%. Naja, dann kann ich ohne Probleme vielleicht noch auf 150, vielleicht auch 170 Bilder hochgehen, ohne dass ich hier wirklich 100% GPU-Auslastung erreiche. Das ist schon durchaus sinnvoll. Nun, warum eigentlich? Ich möchte so schnell trainieren, wie es geht. Wenn ich hier nur ein Bild pro Sekunde habe oder gar nur auf meiner CPU trainiere, dann kann das schon mal ein paar Stunden dauern, bis das Ganze fertig ist. Wenn ich jetzt hier allerdings meine Grafikkarte wirklich gut auslaste, dann wissen, also hier übrigens auch das Free Memory ist ja auch ganz, ganz wichtig, die dürfen beide nicht voll ausgelastet sein, aber fast voll ausgelastet ist das Optimum. Denn dann geht das Training einfach am aller, aller schnellsten. Es hat keinen Einfluss wirklich auf das Trainingsergebnis, nur vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber eigentlich nicht wirklich. Das heißt, man kann hier einfach wirklich so sagen, okay, ich laste meine Hardware so gut ich kann aus und dann haben wir eigentlich schon das, was wir wollen. So, jetzt geht es hier natürlich noch weiter. Was passiert, wenn ich hier die Batch Size zu hoch stelle? Nun, ganz einfach. Dann habt ihr zu viele Bilder, die passen nicht alle zum Beispiel in den Grafikkartenspeicher und müssen dann in eurem Arbeitsspeicher zwischengelagert werden. Das heißt, ständig wird hin und her geswitcht zwischen dem Grafikkartenspeicher und dem Arbeitsspeicher. Und das frisst sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wenn eure Batch Size zu groß ist, wird das Ganze deutlich langsamer und deutlich ineffizienter, weil es die ganze Zeit hin und her geswappt werden muss. Und dadurch wird das Training einfach furchtbar langsam. Das heißt, das würde ich euch auf keinen Fall empfehlen. So, dann hier die Hyperparameter haben wir natürlich noch mehr. Loss Function und Optimizer. Loss Function ist relativ komplex, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier verschiedene Fehlerfunktionen, auf denen quasi der Fehler berechnet wird. Das heißt, wie, wie es eigentlich, oder was definieren wir als falsch? Wie werden die Neuronen mit Informationen gefüttert? Es gibt den Mean Squared Error und den Mean Absolute Error und auch die vier hier, die durchschnittlichen Errors, die haben viele Vorteile, aber einen gravierenden Nachteil. Und zwar wird der Durchschnitt gebildet. Das ist an sich nicht schlecht, aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir wollen eine Kategorie haben. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Zahlen klassifizieren zwischen 0 und 10, oder 0 und 9 besser gesagt, also bei MNIST zum Beispiel. Und wir würden hier den Durchschnitt nehmen. Dann würde der Fehler aufgeteilt werden auf alle Neuronen. Sprich, eigentlich müssen alle Neuronen 0 ausgeben bis auf 1. Ein Neuron muss 1 ausgeben. Wenn wir eine Zahl klassifizieren wollen zwischen 0 und 9, haben wir 10 Neuronen, 10 Ausgabeneuronen, und 1 davon sollte eine 1 sein, die anderen sollten alle 0 sein. Beim Mean Squared Error wird einfach nur der absolute Wert genommen. Das heißt, wenn alle Neuronen 0 geben, ist der Fehler logischerweise relativ gering, weil ja 9 von 10 Neuronen hatten ja recht. Das heißt, wenn ihr die Mean Squared Error bei einer Kategorie oder bei einem Kategorisieren oder sowas verwendet, dann habt ihr hier relativ hohe Wahrscheinlichkeiten, dass einfach alle eurer Neuronen 0 ausgeben werden. Das ist leider nicht unbedingt im Interesse. Und deswegen gibt es für die Kategorien eben hier sowas wie Categorical Cross-Entropy, wobei wir hier auch Binary Cross-Entropy nehmen könnten, denn wir haben hier eine binäre Klassifikation. Wenn eure Daten wirklich sehr spärlich sind, dann könnt ihr hier Sparse nehmen und dann gibt es noch ein paar andere. Auf diese kann ich jetzt leider in einem Video nicht wirklich eingehen. Die sind sehr mathematisch. Da werdet ihr tatsächlich einfach mal auf das DLS vertrauen müssen, denn das stellt euch quasi automatisch ein, was ihr hier verwenden sollt. Und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, was es da einstellt. Das heißt, damit hat man eigentlich wirklich sehr gute Ergebnisse. Wer es genauer wissen möchte, ich werde versuchen, meine Machine Learning Tutorial-Reihe beziehungsweise auch die Neuronale Netze Tutorial-Reihe in der Theorie, also das ist quasi die Theorie-Reihe hinter all dem hier, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht, werde ich versuchen zu patchen, um dann eben zu jeder dieser Funktionen hier auch noch etwas zu sagen. Okay, aber da geht es halt wirklich tief in die Mathematik rein, wo ich euch eigentlich nicht wirklich damit belasten möchte. Hier zumindest nicht. Gut, Optimizer. Nun, Optimizer, da haben wir auch wieder einige verschiedene und da möchte ich euch eine ganz kurze Übersicht geben. Wir fangen mal an mit dem Adagrad. Der Adagrad sagt im Endeffekt, wenn wir hier Daten haben, dann trainieren wir auf diesen Daten, logischerweise, oder? Aber wir wollen, dass das letzte Mal, also quasi in der 10. Epoche, die Daten nicht mehr ganz so viel Gewicht haben, wie in der 1. Epoche. Das heißt, wir gehen langsam immer weiter runter mit unserer Lernrate. Wir reduzieren sozusagen die Geschwindigkeit, in der gelernt wird, damit sich eben unser Netz, das wir schon haben, unsere fertige, oder das, was wir bisher trainiert haben, damit sich das nicht mehr so schnell ändert. Und darauf basierend eben, wird das Ganze reduziert. Immer mal wieder, immer mehr und immer mehr. Zusätzlich benutzt der Adagrad noch ein paar Mechanismen intern, sodass Daten, die, oder Gewichte, die häufig verwendet werden, langsamer trainiert werden, als Gewichte, die eher selten verwendet werden. Weil für die seltenen Gewichte haben wir natürlich weniger Trainingsdaten, sprich, die müssen ein bisschen schneller trainiert werden. Das heißt, das macht der Adagrad alles intern sozusagen, ohne dass wir irgendwas dafür machen müssen. Adadelta ist nochmal eine Verbesserung von Adagrad. Adadelta sagt nämlich nochmal, okay, Adagrad ist mir zu krass. Der geht zu steil nach unten und wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Bei Adadelta ist das nicht ganz so schlimm. Bei Adadelta wird das Momentum noch mit einbezogen und man sagt, hey, vielleicht möchte ich gar nicht so schnell zum Ende kommen mit meinen Trainingsdaten. Vielleicht gibt es ja am Ende doch noch einige interessante Erkenntnisse, die wichtig für mein Training sind. Das heißt, Adadelta ist quasi eine Verbesserung von Adagrad. Okay. Nun, die anderen hier, die sind, also die drei hängen auch ein kleines bisschen zusammen. Ich will allerdings ganz kurz vorher zum RMS-Prop was sagen. RMS-Prop ist quasi eine weiter, oder die zweite Version von Adadelta. Die wurden gleichzeitig entwickelt und im Endeffekt sind das beides sehr, sehr ähnliche Algorithmen, die in der ersten Iteration sowieso exakt gleich sind. Also das heißt, die beiden sind sich sehr, 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 sehr ähnlich und sind quasi beide eine Verbesserung von Adagrad. Ich weiß nicht, warum der deswegen hier unten ist, aber es ist halt einfach alphabetisch. Das heißt, wenn Adadelta für euch gut funktioniert, könntet ihr auch mal RMS-Prop ausprobieren. Der könnte dann auch sehr, sehr gut funktionieren. Da kann man allerdings noch den Parameter eingeben, wie langsam man im Endeffekt das Ganze haben möchte. Das wäre das Roh hier. 0,9 ist aber wirklich das, was empfohlen wird, auch von den Schöpfern. RMS-Prop ist auch keine offizielle Variante. Das ist quasi eine inoffizielle Implementierung von tatsächlich einem Framework und da dann erst, glaube ich, rausgekommen. Oh, das hat jemand in der Vorlesung vorgestellt und das war es dann auch schon. Also keine so offizielle Variante wie Adadelta, aber trotzdem sehr, sehr effizient. Also ich habe den auch schon mehrfach benutzt, der ist wirklich gut. So, jetzt zu Adam. Adam ist quasi nochmal eine Verbesserung oder nochmal eine Variante von RMS-Prop beziehungsweise Adadelta und verwendet das Momentum. Das heißt, wie schnell ihr quasi euren Gradientenabstieg durchführt. Das heißt, wenn ihr hier runter geht, das ist quasi eure Fehlerkurve, ihr geht hier runter und dann seid ihr plötzlich wieder am Hochgehen und dann merkt Adam, okay, wir gehen ungefähr wieder zurück und so weiter und so fort. Das ist quasi wie wenn sich so ein Ball einpendelt in einer Pipeline, könnt ihr sagen. Okay. Und diese Geschwindigkeit, wie schnell sich das Ganze einpendelt, das bezieht Adam auch noch mit rein. Das heißt, hier wird Adam einfach quasi ja, RMS-Prop plus nochmal eine kleine Verbesserung, indem man eben das Momentum noch mit einbezieht. Adam-Max ist einfach eine Variante von Adam, die ich ohne Mathematik nicht wirklich erklären kann. Das ist quasi fast dasselbe hier. Und N-Adam ist nochmal eine Variante von Adam, die nicht das normale Momentum mitverwendet, sondern ein ganz spezielles Momentum, das N-A-G-Momentum, deswegen das N vorne dran. Und ja, das ist quasi nochmal wahrscheinlich, man vermutet, dass es eine Verbesserung von Adam ist. Das heißt im Endeffekt, ah ja, und SGD ist das Stochastic Gradient Descent, das ist die ganz langweilige Standardvariante, die würde ich nicht nehmen. Das heißt, eigentlich ist ADA grad so ziemlich die erste Variante, die verbessert wurde in ADA-Delta und RMS-Prop und RMS-Prop wiederum wurde verbessert in ADAM und ADAM wiederum wurde verbessert in N-Adam und ADAM-Max ist quasi eine Variante von ADAM. Kann man so sagen. Das heißt nicht, dass jedes Mal dieses N-Adam besser sein muss wie ADAM-Max oder ADAM oder auch besser sein muss als RMS-Prop. Das ist quasi wirklich immer von euren Trainingsdingern abhängig. Und ja, ich würde einfach mal tatsächlich das drin lassen, was euer Deep Learning Studio euch empfiehlt. Und dann würde ich mich mal durchprobieren vielleicht tatsächlich. Das heißt, wir können hier durchaus mal den N-Adam einstellen und dann seht ihr, wir bekommen hier auch verschiedene Parameter zur Auswahl, um diesen N-Adam weiter zu konfigurieren. Diese Parameter hier würde ich tatsächlich alle erst mal so lassen. Die werde ich euch auch nicht alle erklären. Dazu braucht ihr wirklich die Formel und wie gesagt, da reiche ich dann vielleicht in meiner neuronalen Netze-Playlist demnächst was nach. Kann aber leider ein bisschen dauern, weil ich relativ viele Sachen habe, die ich gerne nachreichen würde. Entschuldigung dafür. Okay. Und ja, jetzt noch ganz kurz hier zu den Abkürzungen. LR ist die Lernrate. Das ist wirklich der Parameter, den ihr als einziges hier verändern solltet. Ihr findet den wahrscheinlich so ziemlich bei allen. LR hier. LR hier. Da unten. Warum auch immer da unten. N-Adam, LR da unten. Und SGD sowieso. LR hier. SGD verwendet auch ein bisschen Momentum. RMS-Prop hat hier die Lernrate und so weiter und so fort. Also hier kann man quasi einstellen, wie schnell das neuronale Netz lernt. Das Problem ist, dass wenn ich das zu schnell einstelle, dass dann quasi meine alten Gewichte immer überschrieben werden. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf 1,0 Lernrate gehen würde, dann würde ich quasi immer meine alten Gewichte, also das, was ich bereits gelernt habe in meinen 9 von 10 Epochen vor dieser aktuellen Epoche, wenn ich in der 10. gerade bin, wird quasi komplett überschrieben. Und das wäre sehr, sehr schade. Wobei man natürlich hier auch das Decay noch mit einberechen muss, dass die Lernrate nochmal reduziert. Aber ja, es ist tatsächlich so, je höher die Lernrate ist, desto schneller vergesst ihr alte Trainingsbeispiele. Das heißt, die Lernrate ist meistens auch ganz gut, so wie sie hier ist. Man kann sie ein kleines bisschen tweaken, indem man hier zum Beispiel 0,002 reinschreibt oder 0,0005 oder sowas. Also so Faktor 2 ist absolut kein Problem. Aber allzu weit solltet ihr davon nicht euch entfernen. Okay, das waren die Hyperparameter. Wie gesagt, ich habe hier nur einen groben Umriss gegeben. Ich hoffe, ihr konntet soweit nachvollziehen, was ich damit alles gemeint habe. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich natürlich wie immer gerne an. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich würde mir natürlich wie immer wünschen, dass ihr mal noch bei der Hochschule Fresenius vorbeiguckt, euch die drei Studiengänge anguckt. Bioinformatik, Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und ja, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.